Stromspaß! Ich glaube, ich mache das mal wirklich so, dass ich die Karre da hinten hinstelle. Ich habe heute vielleicht besucht. Ich kann tatsächlich gerne an die Freierer schon leben. Dass ich nicht traurigst, doch die Menschen wegen zu fahren. Ja, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Das ist ja jeden Abend im Endeffekt was hier volles. Das ist ja jeden Abend Party mit Ben. Das ist ja jeden Abend. Das ist ja jeden Abend. Das ist ja jeden Abend.